Jo Leute und am mit Weg zu Mario Party mit dem Flash Mit 10 Tüüüüss Ich mache der kurzen Pause, die wir jetzt gemacht haben Und wir haben Spiel voll verplant, weil ich das Spiel zuletzt war In der kurzen Zeit Passiert Naja Hauptsache ich hab was zu essen Häh? Hauptsache ich hab was zu essen Ja... Du.. Das Messer ist beschmiert, mit Tortellinisalat. Du bist so dumm, das geht ja, wenn keiner kommt. Du bist so dumm, du hast doch schon wieder getauscht. Was? Dann haben wir schon wieder Bowser hier. Ich habe mir noch eine Schüssel für meine Chips geholt. Und ein bisschen was Futter nebenbei. Und noch nicht so sehr Energy. Klick! Klick, 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 klick. Vor allem, ich habe in dem Moment gedrückt, wo du gesagt hast, klick. Kommt die eine noch drauf, oder nicht? Alle gegen dich. Nee, doch nicht. Da habe ich doch Marius geblendet. Nee, wo ist das Knopfball? Wie oft haben wir das Spiel jetzt schon gehabt in der Aufnahme? Oft genug. 4-5 mal bestimmt schon, ne? Ja. Nee, das ist eine große Freude. Ja, das ist einig. Falsch. Thanks! Danke! Genau. glaub ich sollte teller woanders doch hinstellen das war das schlimmste wird gefeiert da wird gleich gewechselt was sonst kein spaß war er weiß bescheid das gewechselt das da bleibt wenn einer rüber geht das computer auf folgen neee hatten sie vorher auch nicht doch einer ist der frübergang wenn sie sich auch gleich das ist der frübergang aber ich dachte wieder auf der Seite, ne? Boah, ich bin fast gar nicht abgesprungen, ich sage dir. Jo, versperr mir noch mal den Weg, du Arsch. Der Fett sagt hier. Ja, sag ich ja, du mein' ich doch eben. Noll. Ich mein' was hat die Fette aber mir den Weg verwischt, ja. Der Fett hätte gewonnen. Der Fett ist aber knapp. Ja. Der kommt wieder raus. Ach ja. Gefällt mir aber gar nicht, das weißt du. Ne? Gefällt mir gerade aber nicht. Ich dachte, du magst das. Ja. Ach komm. Ich schieb dir die Münzen noch sonst rein. Ach, hast du nicht irgendwie eben noch Münzen? Hehehehe. 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 Menno, Menno. Auf der Seite. Menno, Menno. Vier. Ja, irgendwie war das doch irgendwie drin. War ja besser so, ey. Wie hab ich das eben schon ein Gefühl gehabt, dass der darauf folgt. Ja, Arsch. Das ist immer dasselbe, wie gesagt. Verdient. Hm. Und der, ganz verdient. Ja, ja, nicht. Wo auch nicht. Hallo. Ich muss die Ehre der ganzen Länder verhalten hier. Pff, tu. Wenn ich die erste wäre, müssen wir halt das Level normal spielen. Nein. Da mit 20 Runden. Mit Sicherheit machen wir das selber nicht normal. Na du gieriger? Ja. Da kannst du mal n Hammer nehmen. Ja. Nimm noch nama Centus. Merkst du das, weil du so gierig bist? Jetzt gerade eh. Du gieriger. Ich weiß doch, dass du so gierig bist. Ich weiß doch, dass du so gierig bist. Ich weiß doch, dass du so gierig bist. Ich weiß doch, dass du so gierig bist, hä? Oh. Alter, das wird die Neule, ne? Also, es sieht nicht wie du runtergerannt hast. War jemand so gierig? ich war gierig ist klar ja guck mal versucht mich zu schubsen ich nicht nein überhaupt nicht die machen den runden so dass es fast geklappt hätte du arsch hätte gleich habe ich nur noch 5 minzen oder auch nicht ich mache nix das ist klar ich mag nicht essen jetzt können sie auch mein kopf ist auch mein kopf auch nicht wirklich nein bringt nicht viel wenigstens habe ich noch 20 minzen das wird eh wieder in den arsch geschoben das jahrlich war da haben wir zu essen konnte sehr toll ja weil was ist mit dem schüttern lossehen das ist nicht unser level überhaupt nicht aber bowser weiß wo die sterne immer sind nachher fachio das habe ich eigentlich mit bowser weil du dumm bist ja 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 mach ruhig wir müssen rumspielen mach ruhig rf gemütlich boah warte 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 wisst euch 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 sind es wieder hier jetzt am farm mhm erzählen das ein netter menschen das bringt mehr wenn ich 2 rumhaue als wenn ich nur dich rumhaue na hast du recht guck mal guck mal sogar 11 minzen des gottes geschenk mhm und 30 landen gleich bei bowser obwohl du ganz auf glück haben dass du das beach jetzt oben auf das feld kommt ich weiß nicht ich kenne die abzählung grad nicht die auch nicht ich glaube aber nicht keine knappe ne zu viel acht hätte es sein müssen guck das bringt nicht das ist egal ob du erster bist oder so mhm du hast mehr münze mal sie null hat ja das hatten wir vorher auch schon ich bin gesättigt das ist doch ein fläschiges bäuchchen schon gefüllt sagt ja wenn einer rüber geht dann gehen alle ja wenn wir den computer klar ja meine güte ist das arsch und kannst du eine runde chance haben wenn ich jetzt euch immer helfen das tut mir aber leid kann dir leider nicht helfen die kann dir leider nicht damit die vielleicht kann war wieder mit dem drei leider auch nicht das tut mir es wird gegräbt eine freundliche wir haben uns beide ausgesucht die schweine die kriegen von mir gar keine wow ich hätte fast nicht mehr abdrehen wie gemein ich glaube sie hat gleich keine münzen nein ich will nicht an dein und dafür konnte ich nix für ich wollte peach hat haben umschlagen hat die sich wackel box herrlich